Das ist ja krass. Hä, wann bist du denn angekommen und wie hast du das gemacht? Ich hab so einen armen Tückel gekauft. Und dann bist du heute Mittag schon angekommen? Selbst auf sein. Er hat keine Chance. Lass uns ein sein. Lass uns ein sein. Lass uns ein sein. Lass uns ein sein. Letzter Tourtag, welcome to my crib. Das ist der Bus. Den zeigen wir euch jetzt. Hier kommt man rein, das ist das Foyer. Hier ist die Küchenzeile. Hier ist eine Lounge. Dann kommen wir jetzt hier zu dem Schlafbereich. Und das ist wichtig, dass man durch die Tür so geht. Beut! Das wäre fast eine Beute geworden. Oh nein. Doch nicht, Storno. Hallo. Das sind hier die Betten. Einzelne Betten und wir mussten die beschleften. Und hier hab ich geschlafen. Ja, das ist der Tour, wo ich gewesen bin. Wow. War eine schöne Tour. War mega schön. Meinst du die Bustour oder die allgemeine Tour? Beides. Ich freu mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich liebe von mir. Das ist ja mega gut. Ja, die Tröker. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Nichts anderen. Ja, diese waren nicht alle Schlaf zu aufhören.